Der Lenker, ein Einheimischer, hatte noch leichte Rauchentwicklungen aus dem Kofferraum seines Hybridautos bemerkt. Als der Rauch immer dichter wurde, hielt er das Fahrzeug an und verließ es. Kurz danach stand es schon im Vollbrand, heißt es im Polizeibericht. Die Feuerwehren aus Weissenbach und St. Martin bei Lofer eilten mit drei Fahrzeugen und 18 Leuten zum Brandort. Sie versuchten den Hybridwagen noch zu löschen, jedoch vergeblich. Das Auto brannte lichterloh. Aufgrund des Einsatzes war die Pinsgauer Bundesstraße für eine halbe Stunde gesperrt. Es gab keine Verletzten. Weitere Ermittlungen werden noch durchgeführt, teilte die Polizei mit.